Die erste große Hitze des Jahres steht am kommenden Wochenende bevor. Damit herzlich Willkommen aus dem TV-Studio des Deutschen Wetterdienstes. Kommt es nun dazu, wir haben am morgigen Samstag ein Tiefdruckgebiet hier über der Biscaya bzw. über Frankreich und auf der anderen Seite ein Hochdruckgebiet hier über Südosteuropa und dazwischen kann dann mit südlicher bis südwestlicher Strömung sehr heiße Luft bis nach Deutschland kommen. Und die bringt dann am morgigen Samstag verbreitet Höchstwerte über 30 Grad. Im Westen kann es lokal sogar bis zu 38 Grad heiß werden. Und auch die Nacht zum Sonntag bringt kaum Abkühlung. In manchen Ballungsgebieten sinkt die Temperatur kaum unter 20 Grad, was meteorologisch gesehen einer tropischen Nacht entspricht. Und auch der Sonntag wird gebietsweise sehr heiß. In der Mitte, im Osten und im Südosten Temperaturen wieder zwischen 30 und 37 Grad. Im Nordwesten gibt es hinter einer Kaltfront aber bereits eine Abkühlung. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass wir Hitzewarnungen ausgegeben haben hier vom Südwesten bis in den Osten Deutschlands für den morgigen Samstag. Achten Sie also darauf, morgen viel zu trinken oder suchen Sie vielleicht eine Abkühlung im Wasser. Informieren Sie sich wie immer unter www.dwd.de oder in der Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes. Kommen Sie gut durch das Wochenende. Auf Wiedersehen. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.